Seit einigen Wochen erreichen mich immer wieder Kommentare, dass ihr an euren OLED-TVs an den Rändern, an den Kanten als auch in den Ecken kleine schwarze Punkte feststellt bzw. tote Pixel. Und dabei kann ich den Kommentaren entnehmen, dass es meistens OLED-TVs sind, die 2-3 Jahre alt sind, also Generation LG C1, G1 als auch Sony A90J. Und da die Kommentare in den letzten Wochen immer mehr werden, habe ich mir gedacht, okay, du musst der Sache jetzt mal auf den Grund gehen, meine Aufmerksamkeit wurde geweckt. Und dementsprechend habe ich mich jetzt aufgemacht und habe mir meinen alten AG G1E, wo OLED-TV angeschaut, welcher jetzt ungefähr genauso alt ist. Habe mir das Penne dementsprechend angeschaut und habe da so einige Dinge festgestellt. Und das möchte ich mit euch jetzt hier in diesem Video durchgeben. Wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. In diesem Video möchte ich mit euch gleich meine Fotos durchgehen, die ich von meinem AG G1 geschossen habe und mit euch zusammen ein wenig der ganzen Sache auf den Grund gehen und ein wenig analysieren, vielleicht auch ein bisschen mutmaßen. Denn 100% sicher bin ich mir noch nicht, was das sein könnte. Und dementsprechend möchte ich das mit euch zusammen erarbeiten und da gleich auch ein kleines Community-Projekt draus machen. Aber da kommen wir gleich zu. Gleich möchte ich jetzt erstmal euch die Bilder zeigen und ein bisschen meine Vermutung dementsprechend äußern. Grundlegend ist es aber so, und das ist unabhängig von der Panel-Technologie, sei es jetzt nun LCD als auch OLED, dass ihr schwarze Punkte, tote Pixel haben könnt. Auch bei einem Neugerät ist dies möglich. Und ein gewisser Prozent an toten Pixeln, schwarzen Punkten ist auch tolerierbar, bis man dann sagen kann, okay, es ist jetzt viel zu viel, ich habe das Recht darauf, das Panel zu tauschen, ein neues Gerät zu bekommen und so weiter. Dementsprechend müssen wir das alles ein bisschen einordnen, ab wann der Punkt angekommen ist, okay, es handelt sich jetzt hierbei wirklich um einen Schaden des Panels. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall schon mal vorweg gesagt haben. Okay, gucken wir uns das Ganze jetzt mal an, das, was ich jetzt von meinem AG G1 für Fotos geschossen habe. Und wenn wir uns das Bild jetzt hier so anschauen, dann ist es das, was mir so ein bisschen bekannt vorkommt von dem, was ich so in den Kommentaren gelesen habe. Viele schreiben, in den Ecken habe ich schwarze Punkte, unterschiedliche Größe, aber es sieht aus, als wenn ich da lauter schwarze Punkte habe. Manche sehen aus wie so ein bisschen, ich sage mal ganz vorsichtig Fliegendreck, manche sind ein bisschen größer. Und viele sagen dann, okay, ich habe hier tote Pixel, das ist natürlich eine Vollkatastrophe, der Fernseher ist nicht mal zwei Jahre alt und jetzt habe ich schon lauter schwarze Punkte auf dem Panel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Kommentare gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, es können Einzelfälle sein, es ist immer möglich, dass ein Panel mal Probleme macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier eine ganze Reihe, eine ganze Serie davon betroffen ist, dass da diese schwarzen Punkte auftreten. Jedenfalls habe ich schon so ein bisschen mit Besorgnis, ein bisschen, ja, Angst will ich nicht sagen, bin ich Richtung meinem AG G1 gegangen, habe dann entsprechend dort normales Fernsehen laufen lassen und dann ist dieses Bild hier entstanden. Das ist jetzt eine normale Landschaftsaufnahme mit einem blauen Himmel und habe dann dementsprechend hier oben das Foto geschossen. Ich habe gleich auch noch Bilder mit einem weißen Testbild, da machen wir eine Subpixelanalyse, als auch mit einem roten Testbild. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal möchte ich mit euch das hier soweit anschauen. Jedenfalls, wenn wir uns das Ganze so angucken, haben wir hier lauter kleine schwarze Punkte, so kleine Ditches, wie gesagt, sieht aus, ein bisschen wie Fliegendreck. Aber wir haben hier auch ein Riesenloch, wenn man so möchte, also ein riesen schwarzes Loch, einen schwarzen Punkt in der Pixelstruktur. Zumindest sieht es danach aus, wo hier das Panel dementsprechend versagt. Und ich muss euch ganz ehrlich und offen sagen, diese kleinen schwarzen Punkte, die ich jetzt hier habe, die habe ich auf dem gesamten Panel. Also wenn wir uns das hier so angucken, hier geht es ja immer weiter und hier auch hier unten, habe ich auf dem gesamten Panel nicht komplett flächendeckend, aber es gibt immer wieder Punkte, wo ich diese kleinen Ditches, diese kleinen schwarzen Punkte habe. Und das sieht man von Weitem nicht. Also bis ich das mir jetzt genau angeschaut habe, ist mir das gar nicht aufgefallen. Und das ist etwas, was der ganzen Sache natürlich so eine gewisse Vorsicht gibt, wenn man so möchte. Also wir nutzen diesen AG G1 eigentlich fast täglich und da ist es nie aufgefallen, dass der irgendwie Pixelprobleme hat. Jetzt, wo ich die Kommentare immer mehr bekommen habe und mir den G1 jetzt genau angeschaut habe, ist mir das tatsächlich aufgefallen. Ich habe in diesem Zusammenhang natürlich meinen AG G3 mir angeschaut, als auch meinen AG G4, dann den C3, den ich da habe, den C4, als auch den Philips OLED 907. Und bei den OLED-X-Panel-Modellen, als auch bei den Micro-Lens-Aero-OLED-Panel-Modellen, habe ich dieses Problem jetzt nicht festgestellt. Und bei dem AG CX, der bei guten Freunden steht, habe ich das von denen bisher auch noch nicht gehört, dass die irgendwie schwarze Punkte haben. Grundlegend höre ich das eigentlich auch immer nur aus der Community und ich hoffe, ich habe da dementsprechend auch den richtigen Eindruck. Immer nur bei den TVs mit diesem Evo-Panel. Im Sprachjargon oder auch besser bekannt als Deuterium-Panel beziehungsweise WBE-Panel aus dem Jahr 2021. Und das ist ja hier bei dem AG G1 der Fall. Der hat ja dieses Evo-Panel, bekannt als WBE-Panel. Jedenfalls, so sieht das dann aus, wenn ihr das in den Ecken habt. Da habt ihr dann diese schwarzen Punkte und gegebenenfalls auch einen größeren schwarzen Punkt. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal bei einem roten Testbild an. Da habe ich jetzt ein bisschen weiter weg. Da hat meine Kamera mit dem kompletten roten bisschen das Problem gehabt, das genau zu fokussieren. Jedenfalls sehen wir hier auch deutlich, das ist jetzt so eine Nähe von, sagen wir mal, 10 cm müssten das gewesen sein. Das sind jetzt ungefähr 25 cm, 20 cm Entfernung. Also da sieht man das auch schon sehr deutlich. Und da seht ihr hier auch, da habe ich auch hier diese schwarzen Punkte überall verteilt, dass wir da dementsprechend das Problem haben. Also es ist auch farbunabhängig. Das heißt, wir sind hier beim hellblauen Bild als auch beim knalligen roten Bild sieht man das ganz deutlich. Da kann man schon sagen, okay, hier haben wir es jetzt nicht mit einer Subpixel-Struktur-Zerstörung zu tun, sondern es handelt sich hier wirklich um eine komplette Pixel-Zerstörung an der Stelle. Also die OLED-TVs bestehen ja aus einer RGBW-Struktur. Also wir haben ein rotes Pixel, ein grünes Panel, ein blaues Pixel, nicht Panel und ein weißes Pixel. Und da ist es dann halt so, dass wir hier an dieser Stelle natürlich auch sagen können, okay, bei OLED-Panels können ja einzelne Subpixel auch absterben. Aber hier bei dem Punkt sieht man schon deutlich, okay, da scheint es um eine größere Zerstörung des Pixels zu handeln. Und um das Ganze uns jetzt noch genauer anzuschauen, habe ich jetzt von einem weißen Testbild eine Subpixel-Fotografie gemacht. Das heißt, wir können uns jetzt gleich die ganz genaue Pixel-Struktur anschauen. Mit einer Makro-Fotografie, um der ganzen Sache noch ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen. Oder mal zu schauen, woran könnte es sich, um was könnte es sich handeln. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen, haben wir jetzt hier eine ganz nahe Aufnahme von der einzelnen Subpixel-Struktur. Und da sehen wir hier schon deutlich, das ist hier schon eine ganz schöne Zerstörung der Pixel-Struktur. Das ist etwas, was ich so persönlich bei OLED-TVs auch noch nicht gesehen habe. Also das, was ich bis jetzt hier immer nur so kenne, das sind vielleicht mal hier so diese kleinen Dinge, wo dann die Subpixel, das ist ja hier ein Subpixel, die einzelnen, das Gesamte ist dann ein Pixel. Es leuchten bei OLED-Panels bei einem weißen Bild nicht immer alle Pixel. Also das blaue Pixel ist jetzt da gerade deaktiviert. Jedenfalls sehen wir es hier gut, dass wir hier schon die Subpixel-Zerstörung haben. Also da gehen sie so ein bisschen, ich sage mal, drauf. Das sieht man auch ganz gut daran, wenn die Pixel dann absterben, dass sie an der Rest des Pixels dann heller leuchtet, weil die Energiedichte sich dann verteilt. Und dementsprechend haben diese Reste des OLED-Pixels noch ein bisschen mehr Energie. Dementsprechend leuchten sie heller. Aber das hier ist schon eine interessante Sache. Das wirkt so, als wenn dort etwas auf das Panel ausgewirkt hat oder etwas auf die Pixel ausgewirkt hat, wodurch sie dann von der Mitte heraus immer weiter kreisförmig sich aufgelöst haben. So wirkt das. Weil normalerweise ist es ja eigentlich so, dass die einzelnen Pixel eine Einzelverdrahtung haben. Also wir haben hier lauter kleine Drähte, die zu diesem Pixel führen. Dementsprechend, wenn jetzt hier etwas zerstört wäre, dann müssten eigentlich theoretisch ja noch das eher, ich sage mal, in einem Quadrat entsprechend zerstört worden sein. Weil das wirkt eher so, als wenn, okay, die Energieversorgung ist noch da. Da scheint etwas anderes im Busche zu sein, was das Ganze zerstört. Es ist natürlich schwer zu sagen. Ich bin jetzt auch kein Elektrotechniker. Das muss ich ganz offen sagen. Dementsprechend auch kein Elektroniker. Dementsprechend ist das für mich natürlich schwer, dann hier genau 100% zu sagen, okay, das ist jetzt das Problem. Was auf jeden Fall Fakt ist, was ich mit meinen Mitteln hier feststellen kann, ist, dass wir es hier damit zu tun haben, dass hier Pixel absterben oder dass es hier eine flächendeckende Zerstörung des Panels mit sich führt oder beziehungsweise in dieser Fläche. Diese kleinen Punkte, die wir jetzt hier, wie gesagt, übersehen, die habe ich auf dem gesamten Panel. Also das ist wirklich, da kann ich komplett dran. Einen langen Streifen mit den Augen sehe überall kleine schwarze Punkte. Vom Weiter weg sieht man das nicht. Der Punkt ist halt nur einfach, wenn man das sich so anschaut und es dann irgendwann wirklich zu Flächen decken wird, ab wann das Panel dann aussteigt an dieser Stelle und ich gegebenenfalls dann eine grüne Linie, rote Linie oder eine blaue Linie durch das Bild bekomme. Das ist ja etwas, was mich persönlich doch schon so ein bisschen schockt und auch sehr ein wenig verwundert, auch ein wenig verärgert. Ein Pixel-Refresh kann hier nichts bringen. Also das haben ja auch schon viele ausprobiert. Das bringt an der Stelle gar nichts. Das kann unter Umständen sogar möglicherweise beim WBE-Panel die ganze Sache noch verschlimmern. Jedenfalls, wenn wir uns das Ganze dann noch beim roten Testbild anschauen, da hat die Kamera wieder Fokusprobleme gehabt. Daher nicht wundern, das ist ein bisschen weiter weg fotografiert. Da sehen wir hier auch, dass das von der Struktur her keinen Unterschied macht, ob wir jetzt nur ein rotes oder ein weißes Bild haben. Die Zerstörung ist trotzdem genauso flächendeckend zu sehen. Ich hatte erst noch überlegt, ist es vielleicht eine Zerstörung des Farbfilters, dass es hier noch ein Problem gibt mit dem Farbfilter. Wobei ich mir das bisher noch nicht ganz 100% erklären kann, weil wenn das der Farbfilter wäre, dann würden ja man trotzdem theoretisch die Pixel sehen. Das heißt, sie würden ja trotzdem leuchten, nur halt mit einer anderen Farbe. So würde ich das an dieser Stelle dann zusammen mir erklären. Jedenfalls kann man hier deutlich sehen, okay, dieses Problem scheint wohl nicht ein lokales Problem von jemandem zu sein, der das vielleicht hat oder ein, zwei, drei, fünf Personen, sondern ich bin tatsächlich davon auch betroffen und kann diese Beschreibung, die ich in den Kommentaren und Nachrichten lese, eben komplett nachvollziehen und eins zu eins mit meinem Problem decken. Jedenfalls möchte ich jetzt an dieser Stelle vielleicht so ein kleines Community-Projekt herausmachen. Da möchte ich mich jetzt an alle OLED-TV-Besitzer richten, die jetzt meinen Kanal hier verfolgen oder jetzt ganz frisch dazugekommen sind mit diesen Problemen. Ich würde euch einfach jetzt mal bitten, unten in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr dieses Problem habt. Mit eurem TV-Modell dazu, wie alt das TV ungefähr ist und dementsprechend, ob ihr diese toten Pixel oder diese schwarzen Punkte habt und gerne auch an welcher Position. Vielleicht entdeckend auf dem Panel zu sehen oder nur in den Ecken. Schreibt mir das jetzt gerne mal in die Kommentare. Ich würde das gerne ein bisschen zusammensammeln, wie viele Leute jetzt letztendlich dieses Problem haben und vor allem, ob es jetzt auf eine Modellreihe sich konzentriert, also zum Beispiel auf Modellreihe 2021 oder ob es vielleicht auch schon bei OLED-X-PETA-Vs auftritt oder auch bei älteren OLED-TVs. Ich habe da bisher noch nie von gehört und habe das jetzt erst nur so mitbekommen und bin tatsächlich ziemlich, ich sage mal, ein wenig schockiert, dass das tatsächlich bei meinem AGG 1 auch auftritt. Ihr könnt auch gerne Bilder dazu posten, da könnt ihr auch gerne Links mit reinfügen. Es kann aber durchaus sein, dass die Links dann gelöscht werden, weil YouTube das gerne rausfiltert bei Cloud-Links, also hier, wenn ihr da Links mit reinschreibt, in die Kommentare. Könnt ihr versuchen, wenn das dann rausgelöscht wird, dann lasst das mit dem Link und schreibt es einfach so in die Kommentare. Und in ein paar Wochen, vielleicht auch Monaten, werden wir uns zu diesem Thema hier nochmal äußern und dann werde ich der ganzen Sache vielleicht selber auch noch genau auf den Grund gegangen sein und vielleicht auch mehrere OLED-TVs mir anschauen hätten können und werde dementsprechend dann vielleicht dazu nochmal ein Video machen, beziehungsweise wir werden da noch ein Video zu machen und das der ganzen Sache nochmal auf den Grund gehen und dementsprechend dann auch die Kommentare mal durchgehen, was ihr so geschrieben habt. Ich bin hier auf jeden Fall schon sehr gespannt und neugierig darauf, was ihr da so selber erzählt und wie viele Leute von euch wirklich auch dieses Problem haben, das, was jetzt schon die einigen Zuschauer geschrieben haben, als auch ich habe. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt und ich danke euch auf jeden Fall dafür, dass ihr der ganzen Sache so ein bisschen, ich sag mal, die Teilnahme gebt und dass ihr daran teilnehmt und die ganzen Sache so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Auf jeden Fall danke an dieser Stelle. So, damit würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal vorerst am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr in Zukunft solche spannenden Videos wie dieses hier nicht verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall das kostenlos abonnieren sowie das Aktivieren der Glocke meines Kanals nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine schöne Uhrzeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!